Waffenschränke sind für Sammler, Jäger und Sportschützen geeignet. Diejenigen, die ihre Waffen und ihre Munition zu Hause aufbewahren möchten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, sich einen Waffenschrank zuzulegen. Dieser Waffenschrank muss gewisse Sicherheitskriterien erfüllen. Vom Aufbau her ist der Waffenschrank kaum zu unterscheiden von einem gewöhnlichen Tresor. Auch der Waffenschrank ist nämlich aus Stahl in der Regel und mit einem Code zugänglich, wie es auch beim Tresor der Fall ist. Nur werden Waffen anders geschützt als Wertsachen und Geld. Wenn der Waffenschrank nicht, fachgemäß, geführt wird, dann hat die Polizei das Recht, die Waffen zu beschlagnahmen. Das hier sind die besten Alternativen für Waffenschränke. Wir beginnen mit dem Waffentresor EN 1143. Es ist besonders hochwertig und hat einen Widerstandsgrad von 1. Es gibt 6 Waffenhalterungen für Langwaffen und diese können unbegrenzt gelagert werden. Es gibt keine räumliche Trennung zwischen Waffen und Munition. Der Korpus hat 3 Wände und ist gegen thermische und mechanische Angriffe gerüstet. Die Tür hat einen standardmäßigen Verschluss durch das Elektronikschloss S&G mit Batterie und Tastatur. Der Tresor kostet 1359 Euro und funktioniert ohne Schlüsselverwaltung und mit selbst wählbarem Code. Die Vorteile sind hier die komfortable Handhabung, die einfache Bedienung und der schnelle Zugriff, dass es sehr qualitativ und vor allem maximal sicher ist. Der einzige Nachteil, der hier zu nennen ist, ist, dass das Produkt sehr teuer ist. Der Masterlock Gunsafe elektronisch gesicherte Kompakt-Tresor aus Stahl hat unsichtbare Scharnieren. Des Weiteren kann der Tresor über Fingerabdruck oder über einen 4- bis 6-stelligen Code geöffnet werden. Das Schloss verfügt auch über zwei Schlüssel, die im Lieferumfang dabei sind. Der Innenraum ist herausnehmbar und gepolstert. Der Preis beträgt 159 Euro und der Tresor hat ein Fassungsvermögen von 2,34 Liter. Des Weiteren verfügt er über einen Override-Schlüssel und der Einsatz ist herausnehmbar. Der Vorteil ist hier der biometrische Fingerabdruckverschluss und die verdeckte Scharniere. Der Nachteil ist aber, dass es sehr viel Energie konsumiert und die Batterie sehr schnell leer geht. Der Kurzwaffenschrank bzw. Pistolenschrank kann bis zu 5 Kurzwaffen lagern und hat einen Widerstandsgrad von 0. Er ist gesichert mit einem Doppelbadschloss. Er ist auch geeignet für die Aufbewahrung von Wertsachen wie Ordnern oder Bargeld oder Schmuck. Der Korpus beträgt 35 mm und es gibt eine dreiseitige Türverriegelung. Der Türöffnungswinkel beträgt 180 Grad und das Ganze lässt sich an Wand oder Boden verankern. Der Preis liegt hier bei 369 Euro. Die Vorteile sind das Doppelbadschloss, das es nach PN EN 1143-1 zertifiziert ist und was Nachteile angeht, sind keine bekannt oder keine nennenswert. Der Waffenschrank von Wider XL ist aus hochwertigem Stahl. Er verfügt über eine 2-Bolzen-Verriegelung und über 2 asymmetrische Doppelbadschlüssel. Das Munitionsfach ist zusätzlich verschließbar und herausnehmbar und es gibt eine Halterung für bis zu 5 Schusswaffen. Der Boden ist mit Teppich ausgelegt, damit Kratzer auf den Waffen vermieden werden. Der ganze Schrank kann an Boden oder an der Wand verankert werden. Der Waffenschrank kostet 178 Euro und die Vorteile sind die 2-Bolzen-Verriegelung, die 2 asymmetrischen Doppelbadschlüsseln mit 2 Rohrschlüsseln und die Möglichkeit ist an Wand und Boden zu montieren. Der Nachteil ist, dass der ganze Waffenschrank sehr schwer ist. Der Ultimate Safe verfügt über ein Triple Blade Lock 3 Riegelschloss. Des Weiteren ist Platz für 7 Schrotflinten und auch Gewehre mit Zielfernrohren passen rein aufgrund des großen Volumens des Waffenschrankes. Das Munitionsfach ist abschließbar und es gibt 2 Schlüssel, die in der Lieferung zusätzlich enthalten sind. Das Gesamtgewicht beträgt 44 kg. Der Preis liegt bei 399 Euro und der Waffenschrank hat zusätzlich noch Memory-Schaumstoff und es gibt Trennwände für 6 Pistolen. Die Vorteile sind das eben erwähnte Triple Blade Lock, dass es Sondergrößen gibt und dass es dem deutschen BS 755892-Standard entspricht. Bei den Nachteilen gibt es auch hier nichts besonders Nennenswertes. Der Eisenbach-Waffenschrank EN 1143-1 entspricht dem Waffenschrankgesetz nach der Änderung von Juli 2017. Es gibt verschiedene Arten von Schusswaffen, die dafür geeignet sind, es verfügt aber über keine Trennwände. Der Fachboden ist hierbei anpassbar. Der Preis dieses Schrankes liegt bei 599 Euro und es verfügt über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Des Weiteren gibt es eine dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen, die einen Durchmesser von 20 mm haben. Die Vorteile sind, dass es eine dreiwandige Tür hat, dass es starre Hintergrundprofile gibt und dass der Türöffnungswinkel 180 Grad beträgt. Der Eisenbach-Kurzwaffentresor KWT 900 EN 1143-1 bietet Platz für zwei Kurzwaffen. Die Kurzwaffen sind mit Aufnahmebolzen gesichert. Diesen Kurzwaffentresor erhalten Sie für 349 Euro und er verfügt über eine dreiseitige Verriegelung durch massive Schließbolzen sowie über eine Notverriegelung. Die Vorteile sind die Spezialfüllung, die Drei-Wand-Korpus-Funktion und dass es starre Hintergrundbolzen hat. Auch hier sind wieder keine nennenswerte Nachteile zu finden. Der Pistolenschrank von Heunert entspricht den Normen des Waffenschrankgesetzes und ist sicher und leicht zu handhaben. Er kostet 369 Euro und es gibt einen gewerblichen Versicherungsschutz, der bis zu 10.000 Euro decken kann. Die Vorteile sind das Doppelbatschloss, die höhenverstellbaren Einlegeböden und die Metallklappgriffe. Nachteile sind auch hier wie bei den anderen Beispielen keine bekannt. Ein Waffenschrank kann sowohl Pistolen als auch Gewehre aufnehmen. Es gibt also zwei Ausführungen. Deswegen muss der Koffer genau wissen, für was er den Waffenschrank braucht, damit er auch ja den richtigen holt. Unser Test zeigt, welche Modelle für welche Art von Waffe geeignet ist. Das Schloss ist es letztendlich, was die Qualität des Waffenschrankes ausmacht. Sie sollten sich also einen Waffenschrank mit entweder einem elektronischen Schloss oder einem komplexen Zahlenschloss zulegen. Die meisten Waffenschränke in unserem Test haben auch zwei Notschlüssel, die mitgeliefert werden. Diese Schlüssel müssen natürlich entsprechend sicher auch bewahrt werden. Die Polizei überprüft dies. Jeder Waffenschrank sollte aus Stahl sein und benötigt Feuerfalls, damit die Waffen bei einem Brand unbeschädigt bleiben. Und was noch viel wichtiger ist, damit das Feuer nicht in Kontakt mit der Munition kommt, denn das könnte explosive und verheerende Folgen haben. Der Schrank kann entweder an der Wand oder am Boden montiert werden und sollte mit Schrauben und Dübeln gesichert werden. So wird vermieden, dass Einbrecher den ganzen Schrank mitnehmen könnten. Der Innenraum sollte zum Schutz der Waffen auch noch zusätzlich gepolstert sein. Die Waffenschränke müssen den Anforderungen des Gesetzes entsprechen. Die größten Unterschiede gibt es bei der Größe und bei der Wahl des Schlosses. Die Schlöße mit biometrischer Fingerabdruckfunktion sind besonders gut. Es ist wünschenswert, wenn es ein abschließbares Munitionsfach gibt. Aber generell muss jeder Käufer selbst überlegen, welche Bedürfnisse erfüllt werden sollen und welche Art von Waffen er lagern möchte. Denn für jede Art von Waffe gibt es einen passenden Waffenschrank. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos von uns sehen möchtet, klickt hier. Vergesst außerdem nicht uns zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit auf unserer Webseite www.digital-vergleich.de kontaktieren. Also, ciao und bleibt sicher!